Wir sind Thermofan! Jetzt kommt der spannende Beruf, der Produktionsmechaniker. Komm mit, ich zeige dir meinen Alltag. Ich habe mich für den Beruf als Produktionsmechaniker entschieden, weil mir das handwerkliche Arbeiten sehr interessiert und weil ich auch sehr viel Freude an der Arbeit mit den Maschinen habe. Zu meinen Tätigkeiten gehören das Produzieren von Prototypen, aber auch Werkstattlehren, sowie aber auch Nacharbeiten. Fräsen, drehen und bohren, sowie aber auch Schweissen, Läuten und viele andere Fertigkeiten. Ich habe die Lehre bei der Firma Thermoplan AG als Mechanikpraktiker starten dürfen, habe sehr viele verschiedene Einblicke auf die Lehrprüfe bekommen und habe mich dann relativ früh dafür entschieden, dass ich hier als Produktionsmechaniker weitermachen möchte. Am Anfang der Lehre habe ich recht viel Unterstützung und Hilfe gebraucht, aber jedes Mal sind meine Fragen korrekt beantwortet worden und mittlerweile darf ich recht selbstständig arbeiten. Das Highlight meiner Lehre ist die Lieferung der neuen 10C Maschine. Ich freue mich extrem darüber, dass ich an so einer vielfältigen Maschine arbeiten darf. Ich finde es cool bei der Thermoplan, dass wir Geburtstagsfreie haben, sowie aber auch eine kostenlose Kantine. Wenn du dich für die Herstellung und Prototypen interessierst, bewebe dich bei der Thermoplan. Tag mit 5-Jones Kielcombe Tag mit 6-Jones Kielcombe und alle Fertigkeiten in der Niedung des Kielcombe Tag mit 5-Jones Kielcombe Tag mit 5-Jones Kielcombe Bis zum nächsten Mal.